Die Tochter von Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Model Lena Gerke oder Schauspielerin Blake Lively. Sowohl von nationalen als auch internationalen Stars wurden wir dieses Jahr mit Baby News überrascht und auch unter den Royals darf sich ein Pärchen über Nachwuchs im nächsten Jahr freuen. Vor etwa zwei Wochen verkünden der Sohn von Monacos Prinzessin Stephanie und seine Liebste, dass sich ihre Familie schon bald vergrößern wird. Bis es soweit ist, genießen Louis und Marie Ducré die verbleibende Zeit zu zweit jetzt an einem ganz besonderen Ort, der dem Paradies sehr nahe kommt. Auf Mauritius und am traumhaften Strand gönnt sich das Paar eine Auszeit und nimmt seine Fans auf Instagram mit. Und so schön das kristallklare Wasser auch sein mag, Maries Babybauch ist bei diesen Fotos wohl der Hingucker schlechthin. In einem gemusterten Bikini mit hochgeschnittener Hose setzt sie ihn perfekt in Szene. Und der werdende Papa, der könnte nicht stolzer für die Kamera posieren.